Der Bahnlähnmarkt. Wer Aranyaprathet kennt, der weiß, dass es dort schon nur noch touristisch ist. Und der Markt dürfte von Aranyaprathet wahrscheinlich 60 Kilometer weg sein. Ich laufe einfach mal kurz herum. Meine Koffer sind voll, also werde ich nichts kaufen. Also ich sehe irgendwas, was mich halt absolut anspringt. Ja, wie immer auf diesen Märkten ist alles ziemlich gleich. Hübsche Mädels. Aber Leute, die gern shoppen und ich spreche jetzt insgeheim die Frauen an. Auch die können hier tagelang verbringen. Der Grenzübergang befindet sich auf der linken Seite. Ich könnte hier mal hinlaufen. Ja, Parfüm. Alles echt. Ja, da geradeaus ist der Grenzübergang. Und ein kleiner Tipp für die, die es nicht wissen, wer auch hier mit dem Motorrad rumfährt. Und ganz gerne mal ein paar Tage nach Kambodscha wählen. Es gibt hier Garagen. Da kann man sein Motorrad unterstellen. Die sind abgeschlossen. Und kostet auch nicht die Welt. In Arandia Prathet habe ich das, glaube ich, gesehen. Höhe 600 Watt im Monat. Bin mir da jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja. Ach, guck da, ein Mercedes. Okay, das reicht jetzt erstmal.